Die gebratenen Hähnchen fliegen einem direkt in den Mund und Pommes regnet es dazu vom Himmel. Wer etwas trinken möchte, der muss nicht einmal mit dem Finger schnipsen. Ein Gedanke genügt und schon hat man das Kaltgetränk in der Hand. Dazu läuft ein Kinofilm. Noch Wünsche? Kein Problem. Herzlich willkommen im Schlaraffenland. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. aus der 000mcmfläche für den Arm geoffert. Die Inhalte ents不錯 um gehen von diesemvised